Eigentlich müsste im Leben von Ashley James aktuell alles besonders rund laufen, die einstige Kandidatin der britischen Adaption von Bomi. Big Brother erwartet momentan ihr erstes Kind, womit für die Blondine und ihren Partner Tom Andrews ein riesiger Traum in Erfüllung geht. Mitten in der lange gewünschten Schwangerschaft erleben die werdenden Eltern aber bedauerlicherweise einen Schock. Moment, Ashley musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In ihrer Instagram-Story gewährte die bald Mama ihren Followern einen Einblick in den bisher erschreckendsten Moment ihrer anderen Umstände. So wie sie die 23. Woche überschritten hatte, passierte es, aufgrund von plötzlichen Beschwerden musste sie mit einem Krankenwagen abgeholt werden, ich hatte den schlimmsten Schmerz auf meiner linken Seite, berichtete sie. Während ihrer Untersuchung habe Tom wegen der aktuellen Gesundheitslage allerdings draußen warten müssen. Von der Entbindungsstation des Krankenhauses aus gab sie hinterher ein weiteres Gesundheits-Update. Den glücklichen Baby geht es gut und ich habe sein kleines Herz gehört. Komma mir geht es viel besser, aber ich warte noch auf die Testergebnisse. Soweit seien Mutter und Sohn aber wohl auf. Tipps für Promiflash? Einfach e-Mail an, tips-at-promiflash.de P